Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks mit ein bisschen Musik und einem Mikrofon und ne Webcam und ne Lenkrad, das ich jetzt nicht benutze. Äh, ja. Schauen wir einfach mal. Hm. So. Ah. Übrigens wird es bald eine, äh, Roomtour geben von diesem geilen Zimmer hier. Also noch von dieser Ecke. Und ja, mal schauen wie es wird. Und ich glaube der Sand von WRT ist zu laut. Ja wahrscheinlich. Äh, wenn er mich in diesem Let's Play nicht so gut versteht, tut es mir leid. Ja, ähm, machen wir sie mal platt. Übrigens, die neuen WRT-Folgen werden einfach immer ein Match gespielt. Dann wird die Aufnahme fertig sein sozusagen. Also ein Match, ein Let's Play sozusagen von World of Tanks und ja. Mal schauen wie es wird. Heute sind wir mit dem T26E4 unterwegs. Äh, haben. Steht das hier? Nö, keine Winch aus. Ja, YOLO. Mal schauen wie es wird. So. Dann fahren wir gleich mal. Ui. Hier hin in die Mitte. Ich habe schon lange kein WRT mehr gezeigt, merke ich gerade. Ich habe keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Ah, Stuhl noch gerade hin. So. Oh je. Es ist richtig geil auf diesem fetten Monitor. Jagdtiger 8.8. Jetzt schwierig. Oh, verdammt. Boah, ich habe so übel lange kein WRT mehr gespielt. Echt jetzt? Verfehlt? Wo ist dieses Arsch auch durchgekommen? Alles klar. Holen wir ein paar Abpraller? Oder auch nicht? Oh, ich hasse sowas. Oh nö, jetzt kommt noch so ein scheiß T34. Hilfe! Boah. Oh shit. Das hat sich nicht gelohnt. Irgendwie stinkts hier drinnen. Puh. Diese Wasserkühlung, man. So. Wieso habe ich eine WN8 von Null? Na ja. YOLO. Irgendwie ist heute alles YOLO. Ja, wird aber YOLO. Kommt. Jagdtiger. Oh ne, da kommt noch ein FCM. Oh nö, 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 nö. Echt, echt jetzt? Ah. Ah. Wo? Wo kam der durch? Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich auch mal sagen, tschüss. Und dann würde ich einen Abo. Wenn es euch gefallen hat. Wenn jetzt ein Abo und da das mit. Das ist hier. Wenn ihr die Abo.